Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Breath of Winter. Ja, wir sind immer noch im Schlund. In der letzten Aufnahmesession haben wir so gut es ging die Oberwelt des Schlundes gecleared. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir noch eine Patrouille haben, um die wir uns kümmern müssen. Auf jeden Fall müssen wir da unten in Senven rennen. Die Elfkönigin. Na ja, wenn wir alle Patrouillen haben, dann heißt's... Base aufbauen und erstmal Lykaner töten. Also Frostwölfe töten. halt mit konventionellen Units. Also die Jungs da unten. Kann ich sie so weit wie möglich erst mal aufticken. Und ja, so wie es aussieht, haben wir alle Patrouillen erwischt. Die Elfkönigin. Die Elfkönigin. Die Elfkönigin. Die Elfkönigin. Die Elfkönigin. Eben weil sie ja recht nah an der Base sind. Und weil die stärkeren Eiseinheiten der Elfen eben keine Chance gegen sie haben. Eisen können wir uns auch abschminken. Wir werden also richtig viel Holz produzieren müssen. Aber ja, keine Patrouillen mehr in Sicht. Das heißt, wir können zum Abgrund-Gottstein. Oh, der ist da oben. Gut. Elfen-Monument. Und hier drüben, die Elementare, die gehen schon mal wieder zu. So, wo tauchen Spawner auf? Ist jetzt nicht wieder noch nirgends. Ja, zum Ruhme Ahrens. Also entweder habe ich Zeit, was gut ist. Was ist euer Begehr? Ich eile. Dorthin. Ich eile. Dorthin. Okay, ist heute jetzt ziemlich viel. Gut, eine Holzfällerhütte. Gott weiße, was sieht die so groß. Zum Ruhme Ahrens. Richten. Das Bauwerk ist vollendet. Was ist euer Begehr? Dorthin. Okay, solange keine Spawner auftauchen, gibt es auch keine Probleme gerade. Ja, sofort. Ihr helft mal, die Waffenkammer zu bauen. Das Bauwerk ist vollendet. Zum Ruhme Ahrens. So, da wird erstmal Holz gemacht. Was ist euer Begehr? Zum Ruhme Ahrens. So, wie es aber aussieht, werde ich von allen jetzt im Augenblick in Ruhe gelassen. Hm. Trotzdem, wir sollten zehn Waldläuferinnen ausbilden. Ausbilden. Einfach, um ein bisschen Schutz zu haben. Ich würde den Fighters irgendwann doch noch Spawner angehen. Sprecht! Weil für Geschütztürme... Bauen wir sowieso mehr Holz. Ich werde trotzdem welche hier bauen. Und flupp, der erst... Die Spawner sind entschieden. Sprech dorthin. So, das heißt, jetzt bräuchten wir mal ein kleines Haupthaus. Wie ihr wünscht. Befehlt. Schnell wie ein Pfeil. Also ja, ihre Anzahl hat schon jetzt etwas zugenommen. So, als nächstes ein Sägewerk. Dann Förster. Wohin soll ich gehen? Befehlt. Sollte hofft, dass die Elementare die Füße noch ever stillhalten. Das Bauwerk ist vollendet. Das Bauwerk ist vollendet. Wie ihr wünscht. Okay, da kommt schon der erste Frostwolf. Die Rune ruft. Ich eile. Wir werden angegriffen. Okay, Weitläufer machen leider nichts, sondern nicht viel Schaden. Das heißt, wenn ich größere Angriffe abwehren möchte... Brauche ich dafür schon Türme. Ja. Ja. Hier. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, die Feuerelementare behalten sich ruhiger. Sofort. Mittleres Haupthaus. Ruhig hier hin. Was ist euer Begehr? Zur Stelle. Immer etwas weiter nach vorne, dass wir die Bogentürme richtig hinsetzen können. Es ist mir eine Ehre. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Rasch wie der Wind. Befehlt. Zur Stelle. Auf der 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 Stelle.